Wie aus Äpfeln Apfelsaft entsteht, das war am Freitag Thema beim 8. Eninger Streuobsttag unter dem Motto Klassenzimmer Streuobstwiese. Der Besuch in der Mosterei war nur eines von vier Projekten, an denen die Gemeinde Eningen unter Achalm zusammen mit dem Obst- und Gartenbauverein den Schulklassen und Vorschulkindern die Streuobstwiesen und die Verarbeitung der Äpfel näher brachte. Während die dritten Klassen, wie hier zu sehen, in der Mosterei Apfelsaft pressten, waren die ersten Klassen mit Bäumepflanzen, die zweiten Klassen mit Baumpflege und die vierten Klassen mit der Apfelverwertung beschäftigt. Der Streuobsttag soll die Eninger Grundschulkinder jedes Jahr auf die Bedeutung der Streuobstwiesen für die Kulturlandschaft am Fuße der Alb aufmerksam machen.